Das ist Pixel. Pixel sieht zwar aus wie eine Box, ist aber viel mehr als das. Denn Pixel ist auch ein Tisch, eine Bank oder eine Tribüne. Und das ist Klaus. Klaus ist immer auf der Suche nach guten Ideen. Und nach Räumen, in denen er sie zusammen mit anderen entwickeln kann. Mit Pixel kann Klaus ganz einfach selbst solche Räume schaffen. Und zwar wie und wo er sie gerade braucht. Zum Brainstormen. Zum Entwickeln. Und zum Präsentieren. So baut man seine Ideen nicht mehr nur im Kopf, sondern überall. Und in den Framesboards kann man Pixel ganz leicht verstauen und dorthin transportieren, wo gerade Inspiration gefragt ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.